Glück allein im Hilsilei. Mein Zuhause, Junge. Ich bin Druckführer. Mal gucken, ob die mitkommen. Aber die Zone könnte schön auf Hils hinaus kommen. Sogar genau auf Hils. Der eine hat angepingt, der fliegt aber irgendwie relativ früh. Jo, lass ihn. Die sind ja alle noch unerfahren. Wir sind ja schon alle über Level 100 und die sind erst so 50 oder so. Ich muss mal gleich gucken, welches Level ich in Wirklichkeit bin. Wo sieht man das? Das steht bei mir immer, wenn ich auf Dosier gucke, steht dann nochmal extra, wie viel vor dem Reset war. Oh. Ich glaube vielleicht war da irgendwas mit 137 oder so, keine Ahnung. Du warst zwei Stufen über mir. Mal gucken, was da gleich steht. Hinter uns sind welche, aber die gehen in das Runde Hils. Was? Ich will auf mein Dach. Ich bin auf mein Dach. Ich bin auf mein Dach drauf. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Haben wir eine Muni? Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sichern. Die Subpositionen sichern. Jetzt sind wir von nur noch 10.000. 5.000 Promenage. Ah, hier ist sogar noch eins. Mein Haus stattet mich mal wieder komplett aus. Geil. Nils, was ist wo? Was? Was ist wo? Was ist wo? Wie wird das wo? Ich glaube wir haben jetzt genügend Geld, wenn die Team jetzt gehen. Ja, ich komme. Warte. Gib mir einen Moment. Ich lud gerade noch hier die eine Tour zu Ende. Ich gehe hier rüber. Feinde sind hier. Ich gehe hier entlang. Kommst du nicht? Ich bin da. Du, ich brauche noch was. Achso. Okay. Erfindete Ausrüstungslieferung unterwegs. Anshaft? Nein, sind nicht. Lass sie erstmal Ausrüstung holen. Oh, da bin ich. Na ja, jetzt... O-K. Wann wir den auch Dach holen? Ich würde mich gerne auf mein Dach legen. So wie immer. Okay. Ja, das Gas näher hat sich dir. da liegt einer auf dem dach drauf einen down die sind links rüber die könnten der auftrag gescheitert geben wir uns verbündeter klasser schlag nähert sich bei uns sind links runtergegangen äh kaputt gegangen ich werde angeschossen von links jo bin down hab ihn ko könntest du mich hinter der box holen danke gut gut die runde nur auf die fresse bekommen geil läuft wird wieder angeschossen bin wieder down im fenster dran stell dich nicht so an dir gehts gut das ist ja auch nichts neues versuch hier unten links ich glaube die blutung ja der ist unten am laster ja 10 bin down jo mäd 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 Nee, ich hab' den noch nicht mal geholt, ich hab' ihn nur ge... Ich hab' nur den Abschuss bekommen, okay. Ich will mir grad Rüstungsplatten. Werd' ich auch machen. Ah, jetzt hab' ich nicht genug für Dings, okay. Ich hab' keine Gasmaske. Haben die hier noch Geld getroppt oder so? Nee. Haben die Teammates schon geholt, ne? Jo. Schade. Dann geh' ich wieder aufs Dach drauf. Ich komm' mit. Genau, brauchen wir den ab. Die Runde ist mal nicht so gut von mir. Wieso? Ja, ich hab' auch noch Neal-Kills, aber dafür ganz viele Assists. Guck' mal meine Punkte an, Alter. Wohin laufen unsere Mails? Keine Ahnung. Zur Ausrüstung. Wofür das denn? Wir haben doch schon... Vielleicht haben sie gemerkt, dass ihre Ausrüstung gerade blöd sind. Muss das unbedingt sein? Der hat mich sogar angeschossen. Der hat mich sogar angeschossen. Scheiße, der hat mich staunt. Mittleres Kaliber hier. Junge, bleibt hinter dem Stein, Alter. Komm' wieder aufs Dach. Oder wo war der? Ah, da. Die sitzen hinter der Mauer. Hab' ich ihn angehittet? Ich bin wieder down. Rechts steht noch irgendwo einer am Haus. Jo, dann lass' ich zurück aufs Haus gehen. Jo, dann lass' ich zurück aufs Haus gehen. Danke. Jo. Die kommen. Klaus. Wo bist du? Team Mint, wo bist du? Ich bin hier. Kannst du mich grad holen? Wo bist du? Auf'n Dach. Auf'n Dach. Ich komm' mal. Die sind hier links unten. Leg dich hin. Die sind hier wieder links unten da. Ich seh' aktive Plätze. Verbindet das persönliches Radar über uns. Bin unterwegs. Kacke. Der steht immer noch da. Ich bin down. Anzhaft? Keiner von euch ist bereit, um mir hochzuhelfen. Doch. WD, Nigga. Ich komm' mir nicht dort rum. Ich hab' den. Von wo aber jetzt? Hier ist irgendwo ne Sniper, die hier schießt. Ja. Das ist wahrscheinlich der, der uns hier auf den Sack gegangen ist. Wir gehen die Schilder auch aus, deswegen. Ich hab' schon keinen Stück mehr. Ah! Oder? Von hinten rechts. Nee, von hinten. Jo. 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 Komm hier rüber, komm hier rüber. Ich stoppe die Blutung. Von da hinten irgendwo. Von der Kirsche aus. Hä? Komm hoch. Ich geh' ins Haus rein. Ich geh' ins Haus rein. Komm ins Haus rein. Ich frag mich jetzt halt ernsthaft, wo der ist. Irgendwo hinten bei der Kirsche. Von der Richtung aus würde ich zumindest beschossen. rüstungsplatten oder gibt mir gerade 500 ja bitte decken ich hab dir jetzt draußen getraubt fahrzeug ausgerechnet jetzt das wird aber weiter ich hab dir jetzt mal drei hingelegt willst du nicht lieber die aufsammeln ok wir hätten noch genügen für eine gib mal her dann kann ich dir gleich noch mal oder soll ich hätte ich gemacht hier liegt sogar noch eine komm rein komm rein hast du jetzt nicht gekauft habe ich nicht gekauft ich komme gerade mit der tür nicht klar schüsse hier rein aber von wo achtung davon das fahrzeug das kommt die streng aus oder nicht schießen nicht schießen die wissen sowieso dass wir hier waren die werden nicht so hierhin gefahren die fahren immer noch hier rum ist das deren ernst ach nee oder ach komm morgen ich habe niemanden umgebracht warum werde ich jetzt verfolgt wir können noch schön warten ja ach komm du bist doch wu m ich habe keine die die und schottet mit einem handy deswegen spiel ich denn gerne mit der k fag ich hier runter jetzt der hätte ich fast wieder wie ich das gesehen gehen die ja wir müssen die zonen kommt mit zonen rand laufen ja ja aber mit zonen rand wäre noch besser gewesen deswegen ja kommen die von hinten ich glaube das waren die die auf dem dach waren wir drohen ganz groß wo sind die direkt vor mir scheiße war also doch ein gegner und unsere teammates stehen auf dem dach ok warum bin ich gestorben und dann ist auch noch den feststeller kula geschlossen hat wie konnte der an meiner mine vorbei keine ahnung hast du das gesehen meine video lag da unten sogar ich habe einen anderen beobachtet alte die abschuss cam hat sogar gezeigt dass sie mir da lag wollte ich mich verarschen ohne ohne und schlund schlund links in der tür links in der tür links in der tür schlund 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 schön jetzt die Rüstung an es sind noch 25 übrig! Pass da draußen gut auf! Wie soll er denn da hinkommen? Frag mich nicht! Wenn er jetzt das versucht und das noch schafft Ok, da ist noch ein roter Punkt gleich außerhalb der Zone Die haben Probleme anscheinend Ok, am Shop sind welche die sich bekriegen Oh! Und der läuft ja auch hin Den hat er Links Ja, den hat er auch Easy Schön Ja, da ist aber noch einer Da sind sogar noch zwei drin Jo Schön Rechts, rechts, rechts hinter der Tür Ach, kacken Meter Schade, schade, schade Aber er hat noch Platz 5 geholt, oder? Ja, genau Ja, genau Ja, noch mal Deine Die